Wir machen heute so andersrum, nämlich Pokémon mit Umkehrung als Fähigkeit. Das ist ziemlich interessant, denn Werte, die gesenkt werden, steigen. Und Werte, die gesteigert werden, senken. Und Flo ist dabei. Hallo. Äh, hätte ich Umkehrung auch als Fähigkeit mitnehmen sollen? Ja. Okay. Okay. I mean... Okay. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Oh, Zirbel, Dürbel und Lavados. Ja, ich bin Lavados. Okay. Weißt du? Nee. Weißt du, weißt du? Weißt du, weißt du? Alter, 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 Alter. Die Terrakristallisierung. Auf wem könnte das wohl sein? Sag es auf einen Typ. Auf Kapito. Feuer? Falsch. Das ist ja heiß. Ich bin ja auf... Ich bin ja auf... Oha, guck, es geht direkt rein. Das ist ja aber gar nicht mal so schlecht. Es geht direkt rein. Holy shit. Du wolltest nur veranschaulichen, was passiert, was Umkehrungen macht. Richtig. Ja, ich nicht. Ich will einfach Schaden machen. Au! Ist ja gemein, dass du zwei Pflanzen resist hast, aber ansonsten war gut. Das ist auch nicht so gut. Warte mal. Ja, der Schaden ist krass. Ja, ja, der Schaden ist gut, aber bitte, bitte, aah! Ach! Ey, da kriegen wir in allen Mad Battles einmal Feuer reinigen und dann in diesen. Oha! Warte mal. Oh nein, meine Fähigkeit ist ja jetzt weg. Ja, ja. Oh nein. Es wäre geiler, wenn das so stacken würde, weißt du? Ja, das wäre echt geil gewesen. Das wäre wild gewesen. Na gut, kann man nichts machen, oder? Das heißt, der kann jetzt nicht sogar echt boosten. Mhm. Erstmal eine schöne... Oha! Ich habe einen gezinkten Würfel drauf. Nee, hast du nicht. Hast du nicht. Na gut, hast recht. Dörpel, Dörpel! Und ich spiele Notdürmer auf dem. Dörpel, Dörpel, Notdürmer. Natürlich. Logisch. Macht man doch so. Ja, tschüss. Äh... Okay. Dörpel, Dörpel hätte ich gar keinen Bock gehabt, ne? Frisst Feuerreiken, frisst Nadelkalt, Rakete und stirbt dann einfach. Na gut. Ja. Aber hat eine Rangenkolle kurz einmal ausgehauen. Ja. Oha! Erdanziehung. Oh, jetzt beruhigen wir alle den Boden. Das ist doch schön. Ja, hallo. Aber auch krass, dass Kupidos das langsamste Pokémon jetzt gerade hier ist. Ja, 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 ja. Das ist crazy, wie schnell wir sind. Erstmal schocksam schallern. Jetzt sehe ich aber... Oh, das könnte... Oh! Oh! Jawoll! Ey, es ist einfach ne Frechheit, ne große. Das hätte deine Spätz-Dev um zwei Stufen senken können, oder? Oder steigern, ja. Richtig. Genau, und dann mit Umkehrung steigern. Richtig. Kalamar Cäsar. Kalamar Cäsar. 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 Ich ermahne dich hier mit das Ä richtig auszusprechen. Cäsar. Richtig. Oh ja, stirb halt halb. Sehr gut. Egal, was ist denn mit euch? Das ist Umkehrungen. Die machen sich selbst tot. Oh, stell dir vor, ich hätte jetzt 1,5-fache KP gehabt. Seit 50% zu verlieren. Ach ne, doch, ist gut. Ist gut auf dem, aber der ist eh schon der Schnellste. Ach ne, ich war der Schnellste. Kann aber in Europa der Schnellste, ja. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Ich hab auch Kopierkraut dabei. Für die Wissenschaft. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher, wie es funktionieren würde. Ich auch. Aber... Jetzt bin ich sehr langsam. Wir wissen es jetzt. Und er ist jetzt recht langsam. Es ist ziemlich shit. Oh mein Gott. Au, 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 au. Ich hab noch nie ne Quetschgift gesehen, der so viel Schaden macht. Ich würd noch mal nen Adra-Kreta auf Kalamazeser nehmen. Mhm. Samoffen... Naja... Auf Labados nehmen wir die? Ich bin Labados. Kalamazeser. Wenn du Augen zumachst, siehst du keinen Unterschied. Ja. Das ist jetzt nicht das krasseste der Welt, aber nehmen wir. Ja, das sind jetzt noch zwei Runden nicht ab oder so. Das ist so schmutzdäger. Schmutzdäger. Drei sogar. Wollt schwere Vergiftung. Oha. Ja. Ah. Da hast du versucht, ne? Nochmal Dinge zu wiederholen. Spoiler ich gerade? Was meinst du denn jetzt? Ja? Ah, okay. Ich spoiler gerade. Oha! Okay. Kuss. Kuss? Ja? Nö. Tot. Ich glaube auch, ja. Ha! Weil ich bin nämlich Labados. Da kann ich doch wieder auf den Labersturm. Richtig. 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 Loll. Ähm. Dann habe ich jetzt hier auch noch einen... Kalamaniro. 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 Oh, ich habe jetzt überhaupt Döner. Ja, übel, oder? Scheiße. Geiler Typ, ey. Döner ist so ein geiler. Ja, Döner ist wirklich geiler. Geiler Typ. Geiler Typ. So. Terra-Kristallisierung. Terra-Typ Kalb? Ja. Fleisch. Geht es dir auch manchmal so, dass du manchmal so einen Terra-Typ Hund gerne hättest und so? Hund? Weil du dich echt gerne Terra-Typ Elefant gehabt im letzten Metronomen Battle. Ja, aber was denn für Metronomen Battle ist interessant eigentlich. Der Rest ist ja schmutzig. Weiß man halt nicht, was Terra-Typ macht, ne? Weiß man halt nicht, was Terra-Typ macht, ne? Oh, schreiten wir aber annehmbar, immerhin. Ist ja in Ordnung. Kalamaniro. Holzgeweil. 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 Bin wieder auf 50%. Schlörpi derpi. Ne, fast, 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 fast. War gelogen. Also könntest du mal Heil-Bogo oder Flora-Bogo. Ne, macht man nicht. Wir machen jetzt. Ja. Er geht in die Richtung, aber falsch. Aber für mich. Ist ja auch Umkehrung. Ist ja auch Umkehrung. Ja, das heißt, du ziehst dir jetzt durchweg KP ab, ne? Das wär irgendwie... Oh. Ja, ne doch, find ich uns in Ordnung. Also der Pyroial ist halt weg. Aber Kalamacun ist, äh... Bloß eins. Heißt es Lammacun, Lammacun oder Lachmacun? Oder Lachmacun? Oh, eine Ahnung. Ich bin doch kein Türke. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. War meine Mutter. Ah, ja, die Mantifa. Mama, warum hast du nicht mit nem Türken geschlafen? Ja. Wäre mal ne Frage wert eigentlich. Ja, tatsächlich. Bei 500 Likes. Gibt's ja auch nur so. Muss Flo fragen. Muss Flo fragen. Muss Flo fragen. Oh, ein Stab. Oh, ein Stab. Das ist ein Stab. Falls das nicht los ist. Oh, ein Stab. Das ist doch ganz schön weh, du. Uuuuh. Du senkst deine Crit, Dings. Ich glaub, so funktioniert das nicht. Ja, ich glaub, Dings funktioniert leider anders, ne? Die Crit, äh, Stats. Ich denke auch, ja. Aber wär nice, wenn's Minus-Crit-Fähigkeiten geben würde. Oh nein, das ist nicht gut. Das nehm ich. Es ist so weird, ne? Weil manches wird geboostet, manches nicht. Vor allem dadurch, dass du vorhin keine Fähigkeit hattest. Ja, ja. Man weiß gar nicht so genau, soll man sich freuen, man muss immer erst ein bisschen überlegen. Das finde ich nicht schlecht. Es ist ein schwieriges Battle. Oh. Ah. Ja. Ich wollte gerade sagen, Überrest ist verboten, Betrollen. Ach so. Ich dachte, wir dürfen wieder. Nach 200 Metronomen Battles dachte ich eigentlich, hey. Ach komm. Find ich nicht gut. Find ich nicht gut. Nix gut, nix gut. Nix gut, nix gut. Nix gut, nix gut. Mach jetzt mal so Dönerpeitsche. Dönerpeitsche. Na also, das hätte euch auch kriegen können an der Stelle. Aufbereitung. Hast du ne Beere gehabt? Du kannst dein Kopierkraut recyceln? Oh, das ist aber gar nicht gut, ne? Na, wenn mir bei mir was denkt, schon. Oh Gott, der wäre auf den anderen so krank gewesen. Holy shit. Easy going. Na gut, die wollen einfach nicht, ne? Ja. Du hast ja auch noch einen Mantidire in the bag, Alter. Ein dreckiger Schnösel, ey. Vier hab ich sogar mit dabei, um ehrlich zu sein. Vier Mantidien? Ja. Aha, das sind viele. Das sind echt viele. Kalamachesa. 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 Das war ja scheiße. Ja, Chip is Chap, sag ich immer, ne? Ja, sag ich auch immer. Das haben schon unsere Großeltern gesagt. Die haben es erfunden sogar. Schade. Die haben es erfunden? Ja. Krass. Was ging's nochmal? Oh, Zahltag, Leute! Ihr wisst, was das heißt, ne? Oh, ihr seid wieder arm. Mit Renomen Battle, Bingo. Oh, ja. Naja, gut. Das war nicht nötig. Das war nicht nötig. Nicht nötig. Einmal getroffen. Wofür spiel ich gezinkten Würfel überhaupt? Einmal getroffen? Ich hab nicht das Gefühl, dass du gezinkten Würfel spielst. Du sagst immer, du spielst gezinkten Würfel, aber du spielst nie gezinkten Würfel. Aber ich sollte. Du solltest, auf jeden Fall. Die mach ich sogar manchmal echt. Noch so gar nicht. Oh, ich hab super oft dabei gezinkten. Mach Beweisfoto jetzt. Na jetzt kann ich nicht, weil du nichts auswählst. Das Ding ist, es ist sehr, sehr langsam bei mir geworden hier. Ich weiß nicht warum. Das weiß ich auch nicht. Aber du siehst wieder alles 50 Sekunden vor mir. Aber guck, Metronom setzt du ein. Und jetzt kommt... Stromstoß. Stromstoß. Ja, ja, ja. In den Tidea, man. Tidea, man. Mhm. Hast Angst vor dem, ne? Nö. Doch nicht. Weil jetzt irgendwas stirbt. Fände ich nicht so gut. Auwe. Außer es stirbt auf deiner Seite. Ja. Tut's ja auch. Weil das schmeckt nämlich, ne? Und Aquatic. Alter, warum macht der so unendlich viel Schaden? Weil der plus zwei ist seit Anfang des Matches. Das ist absolut wahr. Holy shit. Ja, du hast doch Charm in den eingesetzt. Ja, ja. Charm. 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 Prinz Charming, Alter. Prinz Charming, seine Mutter. Seine Urgroßmutter. Klar, mach mal schon. Mach jetzt was krasses. Komm schon. Nein. Ja. Das war was krasses. Ah, ja. Ja, ja. Aber der ist halt nicht fähig zu treffen, ne? Weil Labadus ist ein Feuer-Pokémon und den kannst du ja nicht eiseskälten frieren. Richtig. Weißt du? Ja. Wie man so schön sagt. Fachjargon. Ja. Ähm. Umkehrungen, Leute. Lasst nen Dislike da. Und schaut nicht bei Flow rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.